Ich bin hier im Restaurant Bank in Zürich, wo man ausgezeichnetes Bier bekommt. Und das ist auch das Thema heute. Denn Sie können sich erinnern, wir investieren in Aktien, die sicher sind in Rezessionen. Goldaktien zum Beispiel, aber eben auch Bier. Denn Sie können es kaum glauben, die Leute trinken mehr Bier in Rezessionen. Es ist einfach unerschwinglich. Deshalb war ich sehr glücklich, als ich gesehen habe, dass die Firma Einhäuser-Busch, eine sehr grosse Bierfirma weltweit, ein ausgezeichnetes Value-Ranking hat. Ein Value-Rang von 76. Und zudem wächst das Unternehmen schneller als 85% der Wettbewerber. Das sind zwei sehr gute Gründe zum Investieren. Allerdings habe ich dann auch gesehen, dass der Sicherheitsrang äusserst schlecht ist. Der Sicherheitsrang ist nur eins. Und das hat mich etwas verwundert. Also habe ich das verifiziert. Ich ging zu Reuters und habe geschaut, wie es dort mit den Sicherheitskennzahlen aussieht. Und das Gute an Reuters ist, dass Sie nicht nur die Zahlen des Unternehmens selbst sehen, sondern auch die Zahlen des Sektors, also vergleichbarer Unternehmen. Und da stellt sich heraus, dass die Liquidität von Einhäuser-Busch äusserst schlecht ist. Und das ist lustig. Ein Bier mit einer schlechten Liquidität, nicht unbedingt ein guter Grund zum Kaufen. Aber noch schlimmer. Das Unternehmen hat auch viel, viel mehr Schulden. Es hat doppelt so viele Schulden als der typische Bierbrauer. Und ich habe mich dann gefragt, warum. Und habe die Antwort auf der Financial Times Webseite gefunden. Einhäuser-Busch hat den grössten Lohn, also die grössten Schulden, die grösste Anleihe, die je von einem Bierbrauer gezeichnet wurde, vor zwei Jahren gezeichnet. Das bedeutet, Einhäuser-Busch hat unheimlich viele Schulden. Und das ist ein Problem. In einer Rezession, wenn die Margen enger werden, dann wird es schwieriger, die Schulden zurückzubezahlen. Ich habe mich entschlossen, nicht Einhäuser-Busch zu kaufen. Ich trinke lieber Ihr Bier. Das war meine Entscheidung. Und ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit dir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.